Cardano-Investoren aufgepasst, die letzte Chance kommt jetzt und damit sehr herzlich willkommen zum heutigen Cardano-Spezial-Update-Video hier von Trading & Air. Wir schauen uns heute Cardano hinsichtlich der Elliott-Vellentheorie an, welche Levels sind wichtig, was ist unser genauer Fahrplan und wo sehen wir hier die letzte Chance für den Bullrun hier bei Cardano eben zum Nachkaufen sowie wo kann man hier gegebenenfalls noch in einen Short-Trade einsteigen. Alles hier in diesem Video, das heißt wieder mal vollgepackt mit Mehrwert und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins noch vorneweg, wie immer, wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren bzw. auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Album zu pushen, würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir direkt rein, der Cardano-Preis hier bei den 53,6 Dollar Cent, dementsprechend hier sage ich mal mit ungefähr 2% im Minus die letzten 24 Stunden und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein hier in den Cardano-Chart übergeordnet und für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, kurz zum übergeordneten Fahrplan. Wir gehen demnach davon aus, dass wir hier bei Cardano eine Art Leading Diagonal hier ausformen, bedeutet, dass wir hier eine Welle 1 nach oben gesehen haben, diese mit einer Welle 2 korrigiert haben, wichtig nicht unter dieses Tief hier gefallen sind, eine Welle 3 nach oben, eine Welle 4 nach unten und jetzt in diesem Bullrun hier eine Welle 5 nach oben Richtung Mindestziel 5,82 Dollar. Wir können hier weiterhin sehen, das ist weiterhin alles unverändert, unser primärer Fahrplan hier übergeordnet bei Cardano, um hier sage ich mal im nächsten Bullrun wie gesagt 5 Dollar und 82 hier anzulaufen, das wäre vom aktuellen Kurs hier nochmal ein Anstiegspotenzial von circa 1000%, wir gehen jetzt gleich im Nachgang noch drauf ein, wieso das sogar über 1000% sein können, denn wir sehen hier eine sehr sehr lukrative Nachkaufmöglichkeit hier eben im Cardano-Chart, deswegen sage ich mal, wir sind ja bereits seit hier, seit dieser Phase, seitdem ja knapp unter 30 Dollar sind, sind wir hier mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe ja long bzw. spot-technisch hier investiert, bedeutet, sage ich mal, aber wer jetzt nochmal hier, sage ich mal, ja, seine Position nochmal auffrischen will, der kann das gerne tun, aber wir gehen das jetzt im Nachgang hier eins nach dem anderen durch. Wie gesagt, die Welle 4 beendet WXYXZ nach unten und aktuell sehen wir hier, sage ich mal, den Start unserer Welle 5 hier nach oben. Bevor wir da jetzt weiter darauf eingehen, kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo Trades einsteigen oder nochmal Spotkäufe durchgeben, weil wir euch das selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden, so sehen hier beispielsweise Signale aus, aber dazu muss gesagt sein, das sind unsere Trades, wie wir traden, das heißt, ihr könnt es nachmachen, müsst es natürlich nicht, das heißt, keine finanzielle Anlageberatung hier an dieser Stelle. Ihr seht aber vollkommene Transparenz und unserer Meinung nach, diese Form der Transparenz ist auch einzigartig hier auf YouTube und was ihr zudem seht, wir traden das Ganze hier auf Budget, das heißt, wenn du dir lebenslänglich 10% Rabatt auf deine Gebühren sparen möchtest oder hier einfach nur keine Kursabwarnung beim Nachtraden haben möchtest oder schlichtweg einfach nur uns bzw. den Kanal supporten möchtest, würde es sich anbieten mit einem Link unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, alles ein Kann, kein Muss natürlich. Auch die Talk-und-News-Gruppe unten in der Videobeschreibung verlinkt, kommen von unserer Seite mal Trade-Ideen rein oder kurze Zwischenupdates, falls sich hier was Spannendes getan hat oder falls du einfach nur im Austausch mit der Community interessiert bist, kannst du selbstverständlich auch gerne beitreten. Wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, gehen wir jetzt weiter im Kursgeschehen und gehen nochmal eine Etage tiefer und da sehen wir, sag ich mal, unseren primären Fahrplan hier untergeordnet, gerade für Cardano. Demnach, sag ich mal, weiterhin alles nach dem primären Fahrplan, auch vom letzten Video, eine 1 nach oben, eine 2 nach oben, eine 3 nach oben, eine 4 seitwärts abgetragen, eine Welle 5 Expansion nochmal nach oben. Demnach, unsere übergeordnete Welle 1 hier in Orange ausgebaut und jetzt, ja, gehen wir weiterhin primär davon aus, dass wir hier eine Welle 2 nach unten kriegen, mindestens Richtung der 40,2 Dollar Cent, äh, ja genau, 40,2 Dollar Cent, um dann hier Support zu finden, um in unserer Welle 3, und das ist eben aktuell angelegt auf unser Golden Pocket. Bedeutet, sag ich mal, wenn wir hier nur aufs 0,5er kommen, dann verschiebt sich der Bereich schon mal sehr, sehr weit oder gut nochmal nach oben. Bedeutet, wir erwarten dann im nächsten Anstieg hier mindestens mal, ja, roundabout die 1,90 Dollar hier als nächstes Etappenziel hier bei Cardano, um dann in eine Sidewärtsabtragung in der 4 zu gehen, um dann das übergeordnete bullische Ziel hier bei den 5,82 Dollar dann auch abarbeiten zu können. Nein, gut, sag mal, wo ist jetzt hier genau der Support-Bereich, von dem wir gerade gesprochen haben, denn, ja, wir konkretisieren auch selbstverständlich den Support-Bereich nochmal auf dem Weg nach unten, anhand der internen Struktur, die wir jetzt vom Abverkauf nochmal sehen, denn, ja, in dieser Box, die ist jetzt relativ groß, wir können uns die auch mal bemessen, die ist hier sage und schreibe 33% groß, daher versuchen wir das jetzt für euch bestmöglichst eben nochmal zu konkretisieren. Und demnach gehen wir aktuell primär davon aus, und das war der Support-Bereich im letzten Video, dass wir gesagt haben, das hier ist erstmal Support-Bereich, und dann ist spätestens dieses Retracement hier nach oben der nächste Short-Bereich. Wir haben es gesehen, unten reingestochen, Support gefunden, hochgekommen, jetzt Widerstand gefunden und sehen eine impulsive Struktur nach unten raus, was für uns bedeutet, dass höchstwahrscheinlich dieses Top hier hinterlegt ist. Ob das jetzt eine WXY- oder eine ABC-Formation wird, das kann uns jetzt per se erstmal kurzfristig egal sein, denn so oder so würden wir hier im Retracement jetzt erstmal Widerstand erwarten, um dann hier weiter runterzufallen. Und auch übergeordnet sind die Ziele hier komplett identisch, denn wir würden hier erstmal den ersten starken Support-Bereich hier zwischen den 42,5 Dollar Cent runter bis zu den 38,9 Dollar Cent. Hier erstmal sehen, starker Fokus auch hier auf die 40,2 Dollar Cent des übergeordneten 0,5er Fibonacci-Levels. Und dann der nächste starke Support-Bereich ist dann hier unten in der Region 35,5 Dollar Cent runter bis zu den 33,7 Dollar Cent. Genau, das eigentlich die per se zwei starken Support-Zonen hier im Cardano-Chart. Das heißt, wenn man hier noch nicht spottechnisch aktiv ist oder noch nicht aktiv war, würden sich diese Kurse hier nochmal anbieten, sich eben reinzukaufen in den Markt. Wie gesagt, keine finanzielle Anlageberatung, das ist nur das, was wir im Chart sehen und wir sehen eben hier zwei sehr, sehr bullische Unterstützungsniveaus bzw. Unterstützungsboxen. Ob wir da jetzt gegebenenfalls sogar nochmal eine Position mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe hinterlegen oder hier ein Long bzw. oben nochmal ein Short-Trade eingehen, da halten wir mich dann selbstverständlich oder auf Telegram dann eben auf den Laufenden. Das heißt, wenn du das rundum sorglos Paket hier genießen willst, dann stell sicher, dass du zum einen das kostenlose Abo da lässt und zum zweiten hier die Links unten in der Videobeschreibung auch gerne aussteckst. Wie gesagt, alles ein Kann, kein Muss an dieser Stelle. Bedeutet, zusammengefasst, wir gehen demnach davon aus, diese Wellenbewegung vom Top hier nach unten abgeschlossen, diese Wellenbewegung nach oben abgeschlossen, aktuell in die Wellenbewegung nach unten Richtung, sag ich mal, mindestens 42,5 Dollar Cent, Fokus sogar eher Richtung mindestens 40,2 Dollar Cent, aber da ist es jetzt noch etwas zu früh aufgrund der internen Struktur, da schon sicher davon auszugehen, dass wir mindestens die 40,2 Dollar Cent anlaufen, aber wie gesagt, maximal Ausdehnung jetzt 33,7 Dollar Cent aufgrund der internen Struktur, die wir hier bis jetzt eben im Chart bekommen haben. Gut, selbstverständlich kann der Kurs auch, sag ich mal, nach oben laufen, wir haben hier keine Glaskugel, das ist selbstverständlich auch eine Möglichkeit, für uns jedoch das unwahrscheinliche Szenario, dann würde es hier sich höchstwahrscheinlich um eine 1,2 handeln und hier nochmal um eine 1,2 in unserer Welle 3. Für uns einfach extrem unwahrscheinlich aufgrund der internen Struktur zum ersten und zum zweiten, diese Welle 2 wird schon mal länger wie diese Welle 2 zeitlich gesehen und zum anderen sehen wir hier noch keine impulsive Bestätigung nach oben, bedeutet, wenn, dann würden wir hier einen strukturellen Impuls nach oben sehen wollen, der nicht hier zu dieser Wellenformation passt, um dann im Retracement Long einsteigen zu können. Wie gesagt, das sehen wir nicht, das ist auch nicht unsere primäre Erwartung, primäre Erwartung ist ein weiterer Abverkauf, auch wenn es hier nochmal übers Retracement gehen kann, hier nach unten hin, dann Richtung 40,2 Dollar Cent. Gut, das Ganze soll es gewesen sein, wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal über jegliche Form von Support. Wir sehen uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder, ansonsten morgen im nächsten Video und damit Trading und Ers raus, macht's gut, ciao, ciao.